Danke vielmals, meine Damen und Herren. Ich habe von Corinne Flick die Aufgabe bekommen, kontroversiell zu sein, damit wir auch nachher beim Gespräch ein bisschen miteinander diskutieren können. Das fällt mir jetzt besonders schwer, weil ich eigentlich zu allem Ja sage, was Herr Fust gesagt hat. Jetzt muss ich also in der Sekunde versuchen, eine Spannung zu entwickeln. Ich möchte das tun, indem ich eigentlich ganz an den Anfang zurückgehe. Herr Fust hat dankenswerterweise darauf hingewiesen, dass so viel wir glauben sich verändert, so viel bleibt eigentlich gleich. Und wenn wir heute über Kapitalismus sprechen, dann denke ich, sollten wir ganz kurz, bevor wir viel Digitalisierungshype voneinander hören, über die soziale Innovation sprechen, die uns überhaupt so weit gebracht hat. Die soziale Innovation, die uns ermöglicht hat, in einer Welt von acht oder neun Milliarden Menschen zu leben, in einer Welt zu leben, in der viele, nicht alle, aber viele, satt werden, ein Dach über dem Kopf haben und Bildung genossen haben. Und diese soziale Innovation ist der Markt. Sehr oft kommen Studenten und Studentinnen zu mir und sagen, der Markt, das ist ein Mechanismus zur ressourceneffizienten Allokation, zur Allokation von knappen Ressourcen. Und da haben sie recht. Aber ich sehe den Markt als etwas anderes und Größeres und Spannenderes. Für mich ist der Markt nicht weniger als ein Mechanismus, mit dem wir Menschen uns koordinieren können, mit denen wir Menschen uns verabreden können, ohne die gleichen Ziele haben zu müssen. Wir können komplementäre Zwecke verfolgen und trotzdem davon gewinnen. Und das ist etwas ganz Spannendes, denn wenn wir uns die anderen Organisationsformen überlegen, mit denen wir uns Menschen koordiniert haben. Das Militär, der Verein, die Familie. Wenn wir diese anderen Organisationsformen, wie das Unternehmen, die Firma ansehen, dann sind diese anderen Organisationsformen vor allem davon gekennzeichnet, dass wir gleiche oder ähnliche Ziele verfolgen müssen. Das Spannende am Markt ist, dass wir ganz unterschiedliche Ziele verfolgen können und trotzdem uns gegenseitig befeuern können. Diese unglaubliche Koordinationsfähigkeit des Marktes wird unterstützt durch das, was Corinne schon in ihrer Einführung gesagt hat, nämlich durch die Dezentralität des Marktes. Entscheidungen am Markt passieren dezentral von allen Marktteilnehmern. Das hat einen unglaublichen Vorteil, meine Damen und Herren. Dieser Vorteil ist Resilienz. Wenn einer am Markt eine falsche Entscheidung trifft, geht der Markt noch nicht zugrunde. Wenn aber der Vorstand von Air Berlin zwei oder drei falsche Entscheidungen trifft, gibt es Air Berlin nicht mehr. Und insofern hat also diese Dezentralisierung des Marktes die Möglichkeit oder gibt uns die Möglichkeit zu koordinieren und resilient zu sein. Und insofern ist der Markt die vielleicht am wenigsten bejubelte soziale Innovation, die wir haben. Aber um den Markt so erfolgreich sein zu lassen, brauchen wir am Markt zwei Dinge jedenfalls. Und das ist zum einen, wir müssen wissen, was es am Markt gibt und wir müssen dem Markt, den anderen am Markt mitteilen können, welche Präferenzen, Vorlieben und Möglichkeiten wir haben. Das heißt, es muss, wie Corinne so richtig gesagt hat, viel Information fließen von jedem zu jedem. Und wir müssen diese Informationen auch in Entscheidungen umgießen können. Und mit beiden haben wir so unsere Schwierigkeiten. Im Kleinen ist das kein Problem. Stellen Sie sich einen kleinen Gemüsemarkt vor, fünf Stände, sechs Stände, hier von einem zum anderen zu gehen, um festzustellen, was kostet denn die Banane, was kostet die Orange und was kostet die Erdbeere, ist kein großes Problem. Aber das für große Märkte, für hunderte, vielleicht tausende von Marktteilnehmern zu machen, bedeutet ein unglaublicher Aufwand an Informationsfluss, an Informations- und Kommunikationsnotwendigkeit und eine große Herausforderung, diese Information in Entscheidungen umzugießen. Denn die kognitiven Psychologen haben uns ja sehr eindrücklich erklärt, dass wir Menschen schon scheitern, bei drei Produkten, drei verschiedene Qualitäten nur ordentlich vergleichen zu können. Was haben wir deshalb getan? Wir haben den Markt ein bisschen umgebaut, indem wir das Informations- und das Entscheidungsproblem versucht haben, durch eine Krücke zu lösen oder jedenfalls in den Griff zu bekommen. Und diese Krücke ist Ihnen allen bekannt und die heißt Preis. Das heißt, anstatt unsere vielfältigen Präferenzen und Vorlieben am Markt kommunizieren zu müssen, haben wir sie alle zusammengegossen, kondensiert in eine einzige Zahl, den Preis. Den Preis, den wir bereit sind zu zahlen, den Preis, für den wir Dienstleistungen oder Produkte verkaufen. Friedrich August von Hayek, Novellpreisträger für Wirtschaftswissenschaft, hat lange Zeit, ja eigentlich Zeit seines Lebens, ein hohes Lied auf den Preis gesungen. Der Preis war das, in seiner Meinung, und da hat er sicher recht, was den konventionellen Markt zum Laufen bringt. Preis wird kommuniziert, nicht als abstrakter Wert, sondern als etwas, mit dem wir etwas anfangen können, der greifbar ist, in dem Preis etwas ist, was sich in Geld widerspiegelt. Preis und Geld sind also die Sprache, die Kommunikationsform, in dem wir am Markt kommunizieren. Aber das bedeutet auch, dass wir unsere vielfältigen Vorlieben eingedampft haben, in eine einzige Zahl. Wenn ich in ein Schuhgeschäft gehe und Schuhe probiere und dann frage, was kosten die Schuhe? Und die Verkäuferin sagt mir, 120 Euro. Und ich sage, nein, danke, und ich verlasse das Geschäft wieder, hat der Markt eine Information bekommen. Diese Schuhe wurden für diesen Preis nicht gekauft. Aber eigentlich weiß der Markt dann sehr wenig. Er weiß nicht, ob ich die Schuhe nicht gekauft habe, weil sie mir nicht gepasst haben, weil ich die richtige Farbe nicht bekommen habe oder weil ich meine Geldtasche zu Hause vergessen habe. Der Markt weiß das nicht. Und deswegen werden dann abgeleitet davon am Markt Entscheidungen getroffen, die nicht optimal sind, die nicht die Spitze der Effizienz sind. Das hat ausreichend gut funktioniert. Preis- und Geldbasierte Märkte haben gut funktioniert, jedenfalls so gut, dass wir ein besseres Leben führen heute. Aber sie haben uns auch die Entscheidungen schwer gemacht. Eine ganze Subdisziplin der Wirtschaftswissenschaft, die Behavioral Economists oder die Verhaltensökonomen haben uns gezeigt, dass man mit dem Eindampfen auf den Preis zwar das Vergleichen leichter macht, aber damit auch die Menschen mitunter dazu bringt, Äpfel mit Orangen zu vergleichen. Der Steve Jobs hat das in einem wunderbaren Beispiel gemacht, als er das iPad vorgestellt hat, das er noch gelebt hat. Das iPad hat damals 499 US-Dollar gekostet. Und das war fast doppelt so viel wie die kleinen Netzwerkkomputer, die ebenso viel geleistet haben damals. Die haben etwa 250 bis 300 Dollar gekostet. Und die Marketing-Spezialisten bei Apple haben sich die Haare gerauft und gesagt, wie können wir dieses iPad positionieren, sodass nicht die Bevölkerung widersagt und die Experten, das kostet ja schon wieder das Doppelte von dem, was es eigentlich wert ist. Und der Steve Jobs hat gesagt, da gibt es eine einfache Lösung dafür. Ein sogenanntes Framing. Das heißt, er hat gesagt, als er das iPad vorgestellt hat, meine Damen und Herren, wir stellen ein revolutionäres Produkt vor, ein unglaublich schnelles Tablet mit Touchscreen, mit hoher Auflösung, sehr einfach zu halten. Wenn wir Experten gefragt haben, wie viel es kostet, so ein Gerät zu bauen, haben sie uns gesagt, 999 Dollar. Und in dem Moment ist hinter ihm aufgeleuchtet, 999 Dollar. Und er hat gesagt, aber wir haben den Preis gedrückt und wir können es heute für 499 Dollar anbieten. Und alle haben applaudiert und gesagt, wow, im Vergleich zu 999 ist 499 eine Mäzenie. Apfel und Orangen vergleichen. Sobald wir einen Preis sehen, sind wir sozialisiert schnell, auf diesen Preis und auf diese Zahl die Dinge herunterzubrechen. Das verstellt uns mit unter dem Blick auf die richtige Entscheidung. Das heißt, preisbasierte Märkte funktionieren aber nicht optimal. Gut genug, aber nicht optimal. Das Spannende an der Digitalisierung für mich, was die Wirtschaft betrifft, ist, dass wir nun auf Märkten nicht nur den Preis, sondern viele Informationen zur Verfügung haben über die angebotenen Produkte, aber auch über die nachgefragten Produkte und Dienstleistungen. Überlegen Sie nur, wie vielleicht manche von Ihnen, wie jedenfalls ich und meine Eltern vor 40 Jahren Urlaubsreisen gekauft und ausgesucht haben. Wir hatten einen dicken Katalog, wir haben ihn durchgelesen, wir haben gewusst, jede Beschreibung ist gelogen und die Bilder sind gefälscht und wir haben verzweifelt versucht, zwischen den Zeilen zu lesen. Und dann sind wir irgendwo hingefahren und wenn das Hotel nicht abscheulich war, sind wir das nächste Jahr wieder hingefahren, weil das Risiko zu groß war, etwas Neues auszuprobieren. Und wie machen das heute meine Studenten? Die gehen auf eine große Buchungsplattform, sei es Booking.com oder eine andere, die wählen aus vielen Filtermöglichkeiten die Präferenzen aus, die sie haben wollen und Preis spielt nur eine untergeordnete Rolle dazu. Da spielt auch eine Rolle, ob freies Wi-Fi vorhanden ist im Hotel, wo das Hotel ist. Die gehen dann auf Google Maps und schauen sich an über Street View, wie die Umgebung ausschaut. Die lesen die Reviews, die schauen sich vielleicht die Bilder und nicht die, die von dem Hotel selbst ins Netz gestellt sind, sondern von den Leuten, die dort schon übernachtet haben. Mit anderen Worten, sie finden einen viel besseren Match am Markt und bekommen dafür, wie der Amerikaner sagt, more bang for the buck. Also mehr Leistung für das Geld, das sie ausgeben. Das bedeutet, dass diese datenreichen Märkte sehr viel effizienter sind und sehr viel mehr geben für das, was wir einsetzen als herkömmliche Märkte. Das ist, warum so viele Amazon schätzen. Nicht, weil es der billigste Anbieter ist vom Preis her, sondern weil ich genau das finde, was ich haben möchte. Und das ist in sich etwas wert. Und deswegen bin ich bereit, bei Amazon vielleicht auch etwas mehr dafür zu zahlen. Das heißt, wir haben jetzt einen Übergang dank der Digitalisierung von Märkten, die preis- und geldbasiert sind, hin zu datenreichen Märkten, in denen der Preis nur eine von möglichen Entscheidungsmerkmalen ist. Bei Mitfahrtzentralen sieht man das auch. Da gibt es eine sehr erfolgreiche europäische Ausgründung, die heißt BlaBlaCars aus Frankreich. Machen etwa 30 Millionen Mitfahroptionen im Monat. Und wenn Sie dort eine Mitfahrmöglichkeit suchen, dann kann der Anbieter den Preis nur in sehr engem Rahmen festlegen. Der wird ziemlich vorgegeben. Aber die Teilnehmer am Markt müssen auch festlegen, welche Musikpräferenzen Sie haben. Oder ob Sie im Auto, wenn Sie im Auto fahren, gerne viel oder wenig reden. Bla, BlaBla oder BlaBlaBla. Und daraus wird der optimale Match gefunden. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, vielleicht ist es Ihnen auch schon einmal so ergangen, es ist wichtig, wenn man eine Autofahrt hat, jemanden zu haben, der einen ähnlichen Musikgeschmack und eine ähnliche Rätseligkeit hat. Das bedeutet aber nichts anderes, als dass wir mit Hilfe dieser digitalen Technologien endlich zu dem Markt kommen, der uns eigentlich von Anfang an versprochen wurde. Nämlich ein Markt, der uns optimal koordinieren lässt. Der gute Matches bringt. Das befeuert den Markt. In Zukunft wird, davon gehe ich aus, der Markt unser präferiertes Instrument effizienter Koordinierung von Menschen sein. Das bedeutet auch, und damit möchte ich schließen, dass sich andere Institutionen, die wir entwickelt haben, um den Markt zu befeuern, vielleicht verändern werden müssen. Denken Sie nur an das Geld. Das Geld hat eine Bezahl- und Wertfunktion, aber es hat vor allem in den konventionellen Märkten eine Informationsfunktion gehabt. Über Geld und Preis haben wir am Markt informiert. Wenn wir uns jetzt über Daten informieren, verliert das Geld diese Funktion jedenfalls zum Teil. Das bedeutet nicht, dass wir in Zukunft nicht mit Geld bezahlen werden. Nein, wir werden mit Sicherheit mit Geld bezahlen. Aber es bedeutet, dass die Institutionen des Geldes, die Banken und Finanzdienstleister der konventionellen, geldbasierten Märkte vielleicht sich ihre klassischen, traditionellen Geschäftsmodelle neu überdenken müssen. Ich stimme also Herrn Fust zu, dass so viel sich mit der Digitalisierung verändert, so zentral bleiben die Institutionen, die uns die Marktwirtschaft gegeben haben, nämlich der Markt. Aber diesen Markt zu helfen, sein Potenzial zu erreichen und damit unser Leben nicht nur besser und effizienter, sondern auch nachhaltiger werden zu lassen, ist es wert, über Veränderung nachzudenken. Dankeschön. Applaus Dankeschön. 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 Dankeschön.